Moin guys, Anja. Auf euch geht's gut aus. Auf lauf keinen Einspieler vor euch. Was haben wir gefallen? Jetzt werden wir eine normale Impostor-Runde und eine Ewe-Gester-Runde vor euch. Leute, falls ihr ein Video abgeholt habt, würde ich mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Warte rein, Kinder. Peace. Ah ja. Oha. Da müssen wir hier ran, ne? Ähm. Äh. Okay. Chris. Hä? Gleich zwei. Da waren gerade alle, oder? Ich weiß nicht, wo Bles gestorben ist. Aber. Oder es war ein Loverkill. Weil Lenny ist gerade eben mit am Lichtschalter gewesen. Da war ja eine ganze Menge, weil Licht aus war. Und hat einer reingestochen. Ja, genau. Vor Leitz war es. Wir waren ungefähr, ich glaube, vier oder fünf Leute. Ich glaube, Baso war da. Ich war auch da. Ich auch. Mit dem Hose war, glaube ich, warst du auch da? Ich war da. Ich war noch in dem Käfig gerade drin, ne? Ja, ich bin gerade rausgelaufen. Ich stehe am Download. Lenny ist umgefallen direkt vor Leitz tatsächlich. Genau, wenn man aus dem Käfig rausläuft, genau. Also ich kann nur so viel... Also ich bin der Einzige gerade an Lifeline. Und ich weiß nicht, ob das ein Doublekill war. Aber als ich geguckt habe, waren beide tot. Also ich gehe davon aus, dass es ein Doublekill ist. Aber I don't know. Könnte auch ein Warlockkill sein. Ich habe keinen anderen gesehen, ne. Ich glaube, Hahn könnte geworlockt haben. Wo bist du reingelaufen, Hahn? Da ganz normal rechts, halt im Office. Ich wollte gerade sagen, also ich bin links nämlich gelaufen. Weil ich bin ins Land runtergegangen und bin rechts eingelaufen in Richtung Admin. Und jetzt wollte ich gerade fragen, wenn du von links kamst, wäre das komisch. Ne, habe ich gerade gefragt, rechts. Ich bin von links reingelaufen. Wo war Kim? Ich war auch im Light. Ich habe gerade mit angemacht. Die hat mir ganz rechts angemacht. Ja. Okay. Also ich... Also Warte, Storpan war unten rechts alleine, ohne Alibi jetzt. Korrekt. Okay. Kim war auch da, ne? Ich war bei Lights. Nee, Kim habe ich nicht gesehen. Ja, ich meine ja, Kim war bei Lights. Basel war bei Lights, dem Hohes Lights. Wo war Latex Lodge? Ich war auch für diesen Lichter. Ich glaube, Shelley habe ich nicht gesehen. noch gesehen, vielleicht. Ja, genau. Ich stand die ganze Zeit am Download. Ich wollte meine Sound-Settings ändern, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Also wir müssen wir ganz kurz sagen, also Flask und Lenny sind bei euch gestorben. Nee, also ich habe nur Lenny gesehen. Das heißt, wenn Flask woanders liegt, dann ist ja Han eigentlich hauptverdächtiger, wenn er der Einzige ist, der nicht baut. Kim, du hast es ja fast. Zwei Sachen will ich aber nur einwerfen. Ich würde zwei Sachen einwerfen. Einmal, Shushu war da auch im Office. Die wird dafür ja auch in Frage kommen. Plus, Terse müsste ein Nepp gewesen sein, oder nicht? Du stehst worum? Rechts an der Office-Tür, aber die ist zu und deshalb weiß ich auch nicht, ob du dahinter stehst. Das ist richtig, actually. Das ist actually true. Oh, aber wie komme ich denn jetzt aus dieser Situation raus? Das ist jetzt nur bueno für mich, oder? Scheiße. Das war doch eigentlich ein übel guter Kill. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl. Ich kann alles erklären. Okay. Okay. Ich kann alles erklären, Harald. Ich weiß jetzt gar nicht, was los war. Zum Hose liegt auf jeden Fall am Tisch. Keine Ahnung, wie alt der Kill ist. Haben wir Lifeline-Info? Irgendjemand? Da war der Kackhaufen. Der Kackhaufen, Terse, als Lights aus war, waren wir bei Lifeline. Da ist auch Geld geschraubt in der Zeit. Bevor Lights ausging, war tatsächlich Tim schon tot. Echt? Ich war einmal kurz vorher bei Lifeline. Okay. Sorry. Und, ähm, genau. Also, ich würde sagen, mindestens 25 Sekunden oder so, ne? Oder? Ja, ungefähr. Also, als, wo das Lights aus war, da war er tot oder was? Noch, äh, noch davor. Dann kann ich Latex-Wort rausnehmen, weil als Licht aus war, waren wir zusammen mit dem Autor. Keine Ahnung, wo er da hingegangen ist. Ich habe es dann gefixt. Du bist der Kies? Ich bin der Kieschen. Ja, da sind wir aneinander vorbeigelaufen, ja. Wie hättest du den Reportet haben? Ja, direkt am Admin-Table. Crunchy stand davor und war ganz verwirrt. Und ängstlich. Also, ich war nur, als wir an Licht waren, da war Shelly, glaube ich, mit dabei, oder? Warst du? Ja, genau. Wir haben uns vor, äh, Leriköcke getroffen. Okay, ja, okay. Sonst habe ich keinen gesehen. Was ist, wenn man eine Vermutung hat, die aber nicht nennen kann, weil man sonst nächste Runde stirbt? Dann ist es zu früh jetzt wahrscheinlich. Dann musst du abwägen, ob du uns alle retten willst oder sterben willst. Oder dich selbst. Oder egal, keine Ahnung. Ist dir dein Leben wichtiger oder das von uns, hä? Ja, euers. Also, ich glaube, es ist Terste. Oh! Ja, kann ich so verstehen. Ja. Also, ich bin halt aus O2 gekommen. Da war, also, Han war in O2 mit mir. Ich bin dann zur Lifeline gegangen. Da ist Timurus gestorben. Das habe ich da gesehen. Deshalb würde ich Han auch rausnehmen und Latexlord ist in O2 reingelaufen. Also, die beiden würde ich eher rausnehmen eigentlich für den Kill. Das ist jetzt unangenehm, dass er mich verteidigt. Nee, ist ja in Ordnung. Ich bin halt in O2, ich bin halt nach Office reingelaufen. Verstehe ich, ne? Aber ich war es tatsächlich nicht. Aber wer war mit mir nochmal an Vitals? Crunchy, ne? Jetzt am Ende? Ich war auch schonmal, glaube ich. Nee, nee, nee. Ich war nicht an Vitals. Ich war an Electrical. Zum Schluss bin ich reingelaufen. Ja, zum Schluss. Ganz, ganz am Ende. Aber ich glaube, da war sonst kein anderer. Irgendwie, irgendwie muss ich den Sass aus Sakuri lenken. Nichts. Oh. Toll, jetzt muss ich auch noch sagen, wo der lag. Da, wo man dieses, oben rechts, ich kann die Räume leider noch nicht auswendig, da, wo man diese Dinger abschießen muss, quasi. Also ich kenne die, ich kenne die fest, ich habe sie noch nicht gemacht. Meinst du in diesem kleinen Raum mit der Rakete? Oben rechts quasi, ja, genau. Also da, wo man die vier auswitzt, oder? Da, wo es, bevor es, nee, nicht da, wo die vier Ausrufezeichen sind, das habe ich nicht gerade gemacht, ein Raum nebendran quasi, weil ich muss mir mal die Karte aufmachen. Wahrscheinlich, wo man die Planeten sucht oder so? Ja, genau, exakt. Okay, Labor. Ja. Hast du irgendjemanden rauslaufen sehen, Kim? Nee, also es war Licht, es war Lights aus auf jeden Fall. Weil jetzt muss ich überlegen, es ging erst Lights aus, dann war Lights an, dann habe ich das mit diesen Ausrufezeichen gemacht und dann bin ich quasi nochmal nach rechts gelaufen und da lag dann die Leiche. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, irgendwer ist gerade in der oberen Decon. Ich bin da tatsächlich, deswegen bin ich gerade verwundert und ich habe nämlich keine Leiche gesehen, deswegen bin ich gerade am Überlegen. Also, du bist von unten gekommen, richtig? Du meinst mich, ne? Nee, 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 Shelley. Ja, ich kam aus Navias. Einen Namen habe ich noch, äh, Specimen, genau, okay. Ähm, haben wir Admin-Info? Ob irgendjemand, wie viele Leute im Lab waren? Aber ich kam gerade von oben rechts, also aus der Richtung von Lab und mir kam gerade Terz, glaube ich, vom Admin entgegen, oder? Genau, ich war auf Weitelsgrad. Ich war vorher linke Seite, da ist Latex laut mir gekrosst. Das ist sehr verdächtig, wie oft du mir über den Weg lachst. Also, hast du Shelley gerade in Spism gesehen? Nicht Basis, sondern ich. Nee, aber ich bin auch direkt wieder rausgegangen, nachdem ich meine Task fertig hatte, Han. Im Dunkeln noch. Cool. Also, ich habe mal noch eine kurze Frage. Wir können nicht zweimal die gleiche Farbe nehmen, oder? Nee, das geht nicht. Okay. Was? Welche Farben? Also, es kann nicht zwei mit Dunkelrot umlaufen, wie Terz? Nein, es würde aber funktionieren. Es gibt ja den Morphling als Impostor. Ja, okay. Der kann die Gestalt von Terz zum Beispiel annehmen und dann damit rumlaufen für eine gewisse Sekundenanzahl. Da muss man nochmal voten. Ich habe es vergessen. Immer. Weil, ja, es kommt darauf an, ob man Lover hat bei sieben, sonst bei sechs auf jeden Fall. Ja, okay. Erste Kill? War so gut, ne? Und keiner Terz da gesehen? Oh, schwierig. Wie schnell machen die das denn immer? Das ist ja krank. Das ist ja krank. Oh, boy. Am I dead or what? Ist es der Latex-Lord? Ach, du meine Güte. Wrestling Pepperoni. Wer ist denn eigentlich im Discord Latex-Lord? Jesus. Ach, Jesus. Ich habe, ich glaube, es müsste irgendwo vor Weapons gewesen sein. Es war halt Licht aus und ich hatte nur einen Report-Button. Aber ich bin so draußen vor Weapons bin ich gerade rumgelaufen. So zwischen Weapons, Coms und Office draußen. Muss irgendwo die Leiche liegen. Okay. Ich habe sie halt nicht gesehen, weil Licht aus war. Da mache ich mich zwei übelst tatscht damit. Aber ich bin gerade Weapons reingegangen. So vor fünf Sekunden. Da war noch nichts. Ich konnte aber noch nicht reporten. Das war aber noch vor Lights Out. Und dementsprechend kann ich Shelly rausnehmen, weil die war dann nämlich schon eine Weapons-Task. Das stimmt. Haben wir Lifeline-Info? Weil der Kill wird sehr frisch sein. Ja, ich war an Lifeline gerade noch. Irgendwie wie jede Runde. Okay. Der Terz ist schon wieder nur am Lügen hier. Also ich war gerade an Lifeline. Da war er noch nicht tot. Also so drei, vier, fünf Sekunden maximal. Warst du alleine im Office, Terz? Nee, Han war kurz da. Han ist links, glaube ich, raus. Richtig. Und Crunchy war auch im Office? Ja. Ich war neben dir, Terz. Du hast mich gesehen. Entschuldigung. Kann sein, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Okay. Am Ende war Lights Out, ne? Ja, aber ich war neben dir. Ja, also ich hatte ja die Lifeline offen, ne? Dann habe ich dich deswegen vielleicht nicht gesehen. Ich war schon vorher da. Hä? Okay. Kann sein, weiß ich nicht genau. Kann auch sein, dass ich los bin. Das rollert einfach die ganze Runde schon. Bei Amin, Terz wurde doch auch gecallt irgendwann, oder? Das war aber jeder. Da war eine Runde. Nee, sie schießt aber hier, ne? Weißt du, alle, wenn das was gehört? Ich wollte doch nur mal gesagt haben. Ich habe einmal ausnahmsweise aufgepasst. Keine Ahnung. Ich glaube übrigens nicht, dass Han gekillt hat, ne? Achso, glaubst du nicht. Kim, wo warst du? Aber war Han nicht auch in der ersten Runde? Erste Runde habe ich Han rausgenommen. Ich bin auf dem Weg gerade zu... Hä? Nee, er ist so... In der Sonne hat es mich gesasst. Aber jetzt... Wissen die anderen doch, was du gemacht hast mit mir? In der zweiten Runde habe ich dich rausgenommen. Stimmt, ja. Da warst du in Auto und der Kill war in Lappen. Wo war Kim eigentlich? Bei Specimen. Auf dem Weg in Specimen. Quasi kurz vor der Tür runter. Ich glaube... Ich bin Hauptsass, oder? Das ist so. Ich bin auf dem Weg. Beim Labor einer Security. Oh oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und Basel liegt in der Kamera. Han, bist du mit mir reingelaufen? Ja, ich bin zusammen reingelaufen. Ich habe mich alle zu dritt reingelaufen. Kim habe ich gesehen, Shelley nicht. Also auch in electrical oder rechts auch in den Gang quasi? Nee, ihr seid zusammen zur Tür rein. Ihr standet beide ineinander. Ich habe nämlich deine Farbe gesehen, Kim. Aber Hans Maske hat mich kurz verwirrt und wusste halt, ihr steht ineinander gerade, als ich dann angelaufen kam. Ja, kann sein. Weil ich bin von rechts den Gang reingelaufen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Han auch mit mir die erste Tür quasi... Safe. Ich habe die Tür geöffnet. Okay. Das passt so. Aber ist keiner von euch in Security mal reingegangen oder so? Ich bin gerade hinter dir rein. Wir kamen ja aus electrical, ich bin direkt bei Security, ich bin direkt hinter dir in Security rein. Also ich bin da nicht rein. Ich habe einfach nur Light gefixt. Ich glaube, Kim war bei mir. Genau. Shelley hat sich, glaube ich, von uns gelöst. Ja, ich bin vor dem Raum stehen geblieben. Also Baso ist schon länger tot, ne? Also Baso ist schon länger tot. Also ich war auf Lifelines, als Light aus waren, da war Baso tot. Da bin ich nach Weapons gelaufen, da ist Kim durch mich durchgelaufen bei Weapons. Genau, ja. Wo warst du vorher? Ja, ich kam aus dem Office quasi. Also ich bin quasi wieder die Runde, weil ich in Spaciman ja nicht fertig war und bin über Admin quasi wieder Richtung Weapons. Zwei Sachen. Crunchy habe ich nicht einmal gesehen, die wird wahrscheinlich irgendwo rechts liegen. I guess, weil ich war nur links im Auto und einmal halt in electrical. Und Jan Kim, wir müssen jetzt voten, weil wir sehr wahrscheinlich noch zwei Imposter drin haben, weil wir keine Rote haben. Also das Problem ist, dass ich habe jemanden wenden gesehen und das ist so ein bisschen mein Problem. Und ich weiß nicht so genau, welche Rollen wir gerade noch drin haben. Ja, auch. Ja, ich glaube, Shushu hat im Office gekillt, tatsächlich, weil sie stand hinterm Stein. Die Namen sind dann, Shushu. By the way. Ich habe... Ne, 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 ne. Ey, wir müssen voten, Leute. Ich habe... Okay, dann hat sie wahrscheinlich hier gegessen. Ich vergesse, ja. Oder wie du es erst als Zweiten. Ja. Ey, Leute. Warum habt ihr mich gevotet? Oh, Manu. Okay, ein Wort könnte ich verstehen, bin ich ehrlich. Ich... Ja. Oh, Han, sehr gut. Han, gute Runde, Alter, krass. Das war echt, das war echt krass. Von Anfang an hätten wir draufbleiben sollen. Aber angeblich wäre Shelly hier geflogen. Ich hätte gar nicht guessen müssen. Ich war mir nicht sicher. Ich war mir nicht sicher, ob du evil guesser bist, weil ich wollte dir dann sagen, warte mal, Shelly ist Angie gewesen? Ich habe gedacht, Kim. Ich habe auf der erste Hacker gegessen, weil das so oft ein Lifeline-Admin war. Ich war oft gewirrt, weil Shelly nicht mit mir hochgelaufen ist und dann so schnell, also, ja. Hatts, Junge? Ach, hör da auf, Alter. Kann ich mal aufhören, mir auf den Sack zu gehen? Nee. Ich bin verwirrt. Hi, verwirrt, ich bin Franz. Also, ich bin Parzi kurz hinterhergelaufen, der ist erst Richtung Matt Bay gelaufen und dann bin ich wieder zurück, weil ich den Müll machen musste und dann habe ich den Müll weggebracht. Also Nick, äh, nein, was? Auf jeden Fall bin ich dann runtergelaufen, dachte so, hey, da ist ein Report-Button. Mini war irgendwie auf K und habe den Report-Button dann wieder gesucht, weil er weg war und dann lag der Parzi direkt unter mir, am Müll. Sag doch mal den Raum, bitte. Am Müll? Du meinst in den... Cafeteria. Also Franz war in Café, das weiß ich nicht, wie er da war. Also ich bin zum Button losgesprintet, als der Time Master Repeat anging und da stand Mini am Button. Heißt also, Mini ist erstmal nicht Killing Roll und sehr wahrscheinlich auch nicht Time Master. Ich habe gerade zum Meeting meine Rolle bekommen. Können mich noch nicht bewegen. What? Also ich glaube, ich kann jetzt auch das Meeting verpackt. Ich kann nicht warten. Okay, Bild. Ja, Vivi stand jetzt mit mir an Electrical, weil ich habe Electrical gefixt, weil da ja anscheinend niemand war. Ja. Das hat mir auch gedacht, als wir... Also ich habe dich nicht gesehen, dass du losgelaufen bist. Und ich glaube, ich wollte jetzt hier Hahn, weil Hahn Parsiweil weggemacht hat. Der ist auch mit Parsi rumgelaufen und entweder wurde ich gewarrlockt und habe es nicht mitbekommen, weil ich gerade komplett Brainer auf Cover war. Aber so oder so habe ich nur noch Hahn gekreuzt. Ist, ja, also ist richtig. Parsiweil... Also pass auf, wir waren zusammen in Mad Bay und dann ging das... Also war auch schon nicht aus, wir sind direkt am Anfang rausgegangen. Dann bin ich in Admin rein, Parsi ist mir hinterher und dann habe ich kurz noch die Olfio-Task gemacht, aber nur angenommen und jetzt wollte ich gerade in Electrical rein und Parsiweil müsste... Ja, Moment mal, wo liegt der überhaupt? Hast du den jetzt gerade reportet? Ja, in Cafeteria. In Cafeteria. Wo genau? Unter dem Müll. Also im Eingang zu... Denkst du... Da ist das Weapons. Ich glaube, Hahn hat... Dann war der... Nee, ich wäre... Also ich skippe jetzt, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube... Wie hast du Hahn in Electrical jetzt gesehen am Ende? Nee, ich bin noch nicht drin gewesen. Ihr könnt mich noch nicht gesehen haben. Ich glaube, also weil er ist nämlich rechts lang gelaufen bei Storage und so schnell kommt er nicht nach oben ausverwendet. Sprich, er war entweder Engineer, Jackal oder ein Poster. War der gut, oder? Und so. Zall. Okay. nein ich glaube mini ist killer ja wo ist der kill in admin ja ja genau und der ist dahin gelaufen jetzt habe ich hier eine mücke alter ja ich kann dann also wahrscheinlich dafür rausnehmen ich kann halbier ausnehmen also kurze frage mini warum stehst du daneben weapons und wart es einfach nur dann geht licht aus franz läuft in admin rein und jetzt ist franz da tot also du hättest voll gut wenden können so runter also ich stehe an der leiche von der letzten runde weil ich überlegen war ich die report oder nicht weil bei mir noch der bug war dass die leiche da liegt aber hab's dann doch gelassen wollte lights fixen gehen wo bist du bist du bist denn jetzt mini also ich glaube er sie wollte gucken wer sich dahin stellt und da quasi die medium rolle anwendet damit sie gestern kann und ich vermute sie es runter gewöhnt hat aber kann jetzt auch falsch kann ich auch falsch liegen da liegst du hundertprozentig falsch was macht das medium ich habe mit den neuen rollen noch nicht angeguckt kann mit gestern sprechen erklären wir gleich noch mal muss quasi auf die leiche gehen und kannst dann die leiche befragen falls mini böse ist haben wir dann evil mini ja gut ich habe jetzt ich gehe davon aus dass wie wie lag die leiche da schon also wir haben oder war mit timestamp ans ist zwei sekunden alt oder so dann wie du bist soll links und würde auf wie wir rausnehmen sowie mit den anderen waren es nicht bei mir wo bist du denn und lalowee ich bin mit hannah in navigation meine andere sache also nur mal rein hypothetisch self report kann sein ja bei jenny und hallo gluco 9 sie denke ich ganz gut aus sie denke ich also ich war gerade mit halby und was noch ja bitte was mini in electrical ich bin nach rechts gelaufen und dann lag dann moment moment da ich wollte gerade sagen ich glaube da kommen wir sogar den ersten worten als einer in shields waren da waren terst und ich in admin da waren drei noch in electrical das passt und wer bleibt dann über oder war das wusste ich bin in der vacations ja ich glaube ich glaube tatsächlich das erste gerade pass auf letzte runde war glaube ich das ist jetzt meine theorie ich weiß es jetzt nicht und ich glaube der kill also der kill war terstin nicht weil er war tatsächlich mit mir in admin und ihr seid dann zu dritt sprich es ist ein ding zwischen lalobie halby und wie wie richtig die halbe ist in electrical mit mini zusammen und junana war auch da wie habe ich glaube ich nicht gesehen hat jemand wie ich ja da stand ich auch und da warst du nicht wir können ich kann so viel korn ich gehe davon stark aus dass ein killer raus ist ich kann das nächste runde auch erklären und ich würde hier tatsächlich sogar warten ich würde auch lange wollen ich bin ich bin ja ich glaube nein ich bin ich bin nicht im team ich bin gar kein team ich bin auch nicht bei den crewmates richtig ich zu durch alle an ja aber der kill ist der kill ist ein stil ist wenn du der einzige auf der rechten seite warst kannst du gemacht haben also wir können jetzt wirklich vor viel roten es sind höchstens noch zwei cluster beziehungsweise wenn jetzt lalobie raus ist wahrscheinlich noch einer das war auf jeden fall falsch ich denke mini und hahn sind ein team mir ja habe ich auch von mir Schöne Runde. Teste, wir hätten mehr pushen müssen. Ja, aber es wäre der Fallsch. Teste hätte Mini rausgeworfen. Deswegen, bevor Han geflogen wäre, wäre Mini rausgeflogen. Also, ja.